Hi Leute, jetzt geht's normal weiter mit der Champion Runde von Heimerdinger, denn der Einer für Alle Spiegel Modus, der ist jetzt vorbei. Wir waren stehen geblieben im gewundenen Wald, machen jetzt alleine weiter. So, 59 Sekunden, das sollte eigentlich recht schnell gehen. Ja, das ging auch sehr schnell. So, wo haben wir den Heimerdinger? Hier. So, da gehen wir hier auf Fähigkeitstärke, nehmen hier AP Fernkampf. Ja, Blitz und Barriere, das reicht. So, bin ich mal gespannt auf was die gehen. Und wo wir dann hingehen werden. Wir haben da eine Riven. Definitiv eine Riven. Wir loggen jetzt auch mal ein. Und ein Twisted Fate. Bei der Gegner hat noch keiner eingeloggt. Ah, vielleicht doch. Ja, Israel. Okay, bei der Gegner hat inzwischen einer eingeloggt. Wir haben übrigens alle drei jetzt Blitz, zweimal Barriere und einmal Entzünden. Okay. Na gut. Auf einen Beschwörer warten wir noch. Auf einen Beschwörer ein. Okay, okay, da geht's schon los. Dann sehen wir uns gleich. Bei den Gegnern haben wir den Erdenfeuer Renekton. Ich muss schon sagen, den habe ich noch nie gesehen. Das ist wohl ein seltener, wenn es ihn überhaupt noch gibt. Sieht irgendwie komisch aus. Als wäre sein Mund und alles verschmolz. Und dann hat er... Der Kiefer ist, glaube ich, sowieso komplett weg. Die Zunge liegt auch nur noch drin. Der hat schon einiges mitgemacht. Dann haben wir hier Malzahar noch und Bestatter Jorik. So, das sind... Die beiden sind, glaube ich, auf AP. Also der definitiv... Beim Jorik weiß ich es nicht direkt. Den habe ich auch noch nie gespielt. Und der ist auch eher ein seltener Gegner. Ich weiß nur, dass er stark ist. Und Renekton geht auf AD. Bei uns haben wir natürlich wir mit Heimendinger, die Riffen und Israel. Die beiden werden wahrscheinlich auf AD gehen. Wir auf AP. Wobei Israel auch auf AP gehen könnte. Bin ich ja mal gespannt. So, das Spiel... Ja, ein bisschen dauert es noch. 90% dran. Ich glaube, die Riffen hängt, kann das sein. Die Gegner haben übrigens alle drei Blitz und Entzünden. Mit Riffen sind es vier. Oh Gott, nein. Ganz langsam geht es vor... Ah, jetzt hat sie wieder die Verbindung erreicht. Ich dachte schon, sie hat die Verbindung verloren. Okay, jetzt sind wir alle auf 100%. Es müsste eigentlich jetzt dann gleich losgehen. Ja, da geht es auch schon los. So, erstmal unsere Türme skillen. Und wir holen uns als allererstes mal das hier. So. Ich würde mich jetzt angewöhnen, je nach Karte und so ein bisschen... Zwei immer noch das gleiche Gegenstandset herzunehmen, aber die Items individueller zu kaufen. Deswegen habe ich mir jetzt die Laufstiefe nicht gekauft, weil die jetzt noch nicht so wichtig sind. Okay. Will Ezreal top? Weiß ich nicht. Ich gehe hier einfach mal einen rein. Uh. Ich glaube, ich habe ihn genau auf die Riffen gesetzt und dadurch ist er dann hier ein bisschen weiter nach rechts. Und zum Glück gerade noch nicht raus. Haha. Okay. Kommen jetzt die... Die wollen weiter. Ich habe meinen Turm noch nicht... Da ist keiner drin. Ich habe den Turm noch nicht bereit. Jetzt hätte ich ihn bereit gleich. So, wo sind sie? Oben oder unten? Oder kommen sie vielleicht gleich? Die Basallen sind erschienen. Die Basallen... Ich habe übrigens ein bisschen am Ton rumgespielt. Ich glaube, das muss ich nochmal ändern. Die Musik habe ich jetzt auf 10... Nein, auf 5%. Ich lasse mal die Riffen ein bisschen vor. Niemand. Musik habe ich jetzt auf 5% lautstärke. Ich glaube, das ist ein bisschen zu leise. Ja, wenn ich mich konzentriere, wäre ich sie. Und dafür habe ich die Stimmen auf... Ich glaube, 100% oder so. Oh. Okay. Hä? Ich bin doch Fernkämpfer, oder? Ja, jetzt geht's. So, komm schön. Nein, 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 nein. Minions, hilf mir. So, gleich kann ich den nächsten Turm setzen. So. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. So. Dann, ja, die Hexik-Mikro-Raketen. Nein. Nein. Er liebt ein gutes Rätsel. Er liebt ein gutes Rätsel. Nein, 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 nein. Talente entdecken Lösungen. Genies entdecken Probleme. So, ich versuche jetzt mal ihren Altar zu holen. Oh, warte. Warte. Nein, ich hole jetzt den Altar. Ein nie endender Kreislauf. So, gleich. So. Keiner von denen fehlt. Das ist sehr gut. So, und jetzt schnell. Den unseren holen. Komm schon, lauf, 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 lauf. War vielleicht... Nein. Ich hätte... Wollte ich gerade sagen, ich hätte der Riff vielleicht vor, bevor ich gegangen bin, äh, äh, sagen, irgendwie, äh, andeuten sollen, dass ich da hingehe. Das war ein Fail von mir. So. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. Hau auf. So, wo bleibt jetzt unser... ...Turm? Ich will ja einen Turm haben. Hier. So. Nein, nicht erwischt. Okay, dann lassen wir das. Nein, er war fast reingelaufen. Okay, komm, 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 komm. Mal einen Turm setzen. Okay, jetzt haben wir ihn erwischt. Achte auf deine Vektoren. Ja, die Vektoren sind wichtig, auf die muss man immer acht geben. Vor allem, wenn es normalen sind. Oh, Mann, dann schaut alles total scheiße aus. Ich will den angreifen. Ich greife dich auf. Der hat mal einen Turm gekillt. Genau, Schutzbrillen auf. Äh, ich habe kein Mana mehr. Das ist nicht sehr gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Mana. Das sollte ich mir vielleicht aufheben. Kostet das Mana? Ja, 20 oder 20. 20 sind in Ordnung. Mist. So, wir werden alles drei gleich skillen. Weil ich finde, dass alles drei gleich wichtig ist. Aber die Tümmel immer als erstes. Weil wir mit denen gut Druck aufbauen können. Was ich auch cool finde, ist... Ah, Meisterhaar fähig. Erwischt. Da ist Meisterhaar. Nicht annähernd genügend Variablen. Ah, da kann man nie genügend haben. Erwischt. Ja, wir haben einen gekillt. Den haben wir auch noch erwischt. Ah, fast. Den hat sich Israel noch holen. Ja, den hat sich nicht noch geholt. So. I'm going back. Back. Nicht bad. So, ich habe 1200 Gold, das würde ich gerne einkaufen dafür. Und besser jetzt, wo sie weg sind, als später, wenn sie wieder da sind. So, jetzt kriegen wir viel mehr mal, ne? Okay, ich... Vielleicht... Ja, hm, weiß nicht. Bei dem hier braucht man eigentlich nur zum Stunnen. Vielleicht spiel ich auch erstmal nur die beiden. Ich weiß noch nicht. Aber ich glaube, ich spiel alles drei. Ach, die sind auch zurück. Das wusste ich gar nicht. Aha, 42. Ich wusste es. Hm, äh, äh, was war nochmal die Frage? Nein! Nein, nein! Oh, oh. Ja, ja, schnell. Auf mich warten wichtige Aufgaben. Huh. Das war jetzt echt knapp. Okay, wir haben Jorik noch einmal erwischt. Da oben kommt Ezreal. Ich hab alles auf Abkriegzeit. Ich hab alles auf Abkriegzeit. Okay, ich bin auch nochmal. Zack. Hingerichtet, das ist nicht sehr gut. Nein! Lass mich das reparieren. Da will ich nicht rein. Oh, oh. Nicht erwischt, nicht erwischt. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt hab ich zumindest Blitz wieder bereit. Okay. Wie du willst. Und dann? Zurück ans Zeichenbrett. Hm. Ach, zurück soll ich? Na gut, dann geh ich mal zurück. Kann ich mir schon was kaufen? Nein, kann ich nicht. Dann heil ich mich nur schnell. Dann geht's weiter. Okay, so. 100 Gold bräuchten wir noch. Jetzt dann gleich. Hab von Rico da auch Kommentar bekommen. Ich soll Heimatdinger viel aggressiver spielen. Aber ich bin noch nicht so... Ja gut, mit Juna bin ich schon. Aber wenn ich schon mal so einen Verteidiger hab... Ich könnte das besser machen. Mit drei Türmen, die ich... Oh, oh. Mist, das hab ich gar nicht gesehen. So, den hab ich erwischt. Kleiner als ein Diagramm. So. Erwischt. Da kommt Dürfen wieder. Okay, das war jetzt nicht allzu gut. Ich hab die Öl-Tür umsonst verschwendet. Hab schon überlegt, ob ich vielleicht den Großen hinstellen soll. Hätte ich machen sollen. Lass mich hier in Ruhe hier. Erwischt. 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 Meine Tüme greifen ihn derweil an. Oh, gut. Nicht gut. Nicht allzu gut. Aber wenigstens können wir uns dann beim nächsten Mal als jedes unheiligen Grail kaufen. Erwischt hat etwas Besonderes. Ey, lass mich in Ruhe. Nein! Ich hatte irgendein... Wie heißt das nochmal? Das drauf. Oder irgendwie sowas. So. Jetzt kaufen wir uns die Schuhe. Jetzt wird's dann langsam doch nötig, dass wir sie kaufen. Wann kriegt man nochmal mehr? Hm. Man kann doch bis zu drei dann irgendwann mal haben. Ich glaub, da muss man die Ultraspillen, oder? Ja! 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 Sehr interessant. Wie schon. Ja! Die sind gekehlt worden. Wir könnten uns den Altar wiederholen. Mach ich doch glatt mal. Ach, ich hab kein... Ding mehr. Kein Turm. Und den nehm ich mir jetzt lieber auf. Hab ich den Trivillium-Ovolator angelassen? Ja, hab ich angelassen. War voller Absicht. So. Ah, jetzt kann ich zwei haben. Oh, 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 die ist gut. Berserker, das ist gut. Ah, die killen, äh, äh, top gerade den Turm. Ähm, ist da so ein bisschen daneben. Jaha, wir haben den Turm zerstört. Und ich halte so lange gegen zwei hier durch. Nein, Miss Faith. Wunderbar effizient. Nein, 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 nein. Verdammt. Aber ich glaube, ich konnte Yurik stunnen. So, das hier jetzt. Und als nächstes kaufen wir uns den Hut. Wo geht's? Hexenhauke. Dann haben wir auch was, äh, um uns zu schützen. So, wie schaut's top aus? Top kämpft Esrael gegen... Esrael gegen... Meister. Bot hat die Irving gerade den Turm zerstört. Das finde ich sehr cool. Äh. Ich will den noch kaufen. So. Wenn wir schon noch das Geld bekommen haben. Gerade eben. Dann holen wir es uns auch. Haben wir noch... Ja, geil. Wir haben noch alle drei Türme hier. Die werde ich nach und nach dort stationieren. Ah, Moment mal. Okay. Ja, was jetzt? Wollt ihr... Offenbar doch nicht. Ja, ja, schnell. Auf mich warten wichtige Aufgaben. Was? Dieses gegnerische Team hat für eine Aufgabe gestimmt? Ach, Mann. Tja. Das war dann also mein kurzer Spiel. Nur 15 Minuten. Und das im 3-3er. Das hat man auch eher selten als ich zumindest. Ja, gut. Ich spiele es 3-3er, aber auch irgendwie selten. Ähm. Mal sehen. Ja, wir sind eigentlich... Alle drei sehr wenig gestorben. 2-2-1 ist recht gut, finde ich. Ähm. Assists haben wir die meisten. Dafür haben wir am wenigsten Kills. Wir haben auch die wenigsten Minions. Das wenigste Geld. Ich würde mal sagen, wir waren das Schlechteste von hier. Wir machen einfach weiter. Ich will jetzt keinen Ehren bei einem Spiel, wo aufgegeben wurde. Nee. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Dominion. Also, ciao Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. 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 Vielen Dank.